Ja, heute bist du ja in Bonn. Ähm, was kennst du denn von Bonn? Ich bin jetzt rumwetten. Ich wette es. Na, ich kenn dann schon was, ne? McDonalds? Ja, du bist ja nur auf der Autobahn unterwegs, ne? Ja, ich will jetzt keinen auslassen. Aber wirklich so richtig, wo man schon mal war, oder wo man eigentlich mal hingehen muss, in der Stadt, wo man spielt, weiß ich leider nicht. Dann habe ich mir gedacht, ich frage einfach mal die Menschen in Bonn. Wenn man mich beim nächsten Mal fragt, bei einem Interview, wo ich denn hingehen soll, ne? Ja, da frage ich euch jetzt mal, wo in Bonn soll ich denn mal hingehen? Ins Knüppchen! Knüppchen! Das habe ich jetzt in Rade nicht vorstellen. Moment, wohin? Haribo! Also die Frage habe ich jetzt schon in ein paar Städten gestellt und es gab noch nie so eine coole Antwort. Die meisten haben gesagt, zu mir nach Hause. Haribo! Ja. Ihr wisst das alle, ne? Also ihr habt ja ein Haribo-Werben. Ja. Da kann man dann hingehen, ne? Da kann man dann hingehen und umsonst essen. Echt? Ich habe gleich mal schreit in den Nahrzeilen. Egal wie viele Leute man ist. Nur mit euch. Ja, wir sind 72 Mann. Ja. Ja, wenn, dann gehen wir nachher jetzt, oder? Ja. Also ich finde, wenn ich beim nächsten Mal ein Interview mache, und man fragt mich, hättest du Bonn? Dann sage ich, ja, ich kenne Bonn und Haribo. Ja. 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 Ja, weil vor so einem ETH gedauert sind. Aus der Sitzung nimmt schon. Ich habe echt nachgedauert. Aber eigentlich sind ja Orte, ne? Und so Dinge um den Orten rum, ist ja eigentlich unwichtig. Das Wichtigste, das aller, aller, aller Wichtigste, finde ich, ist die Freiheit, heute Abend ein Konzert mit den Menschen aus Bonn zu veranstalten. Karena, Läber, Allteid, 잊어요. Ich sage das. Vielen Dank.